Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Donkey Kong 64. Ich hatte jetzt vor, mir Lenky zu schnappen und hier in das erste Level zu gehen. Und dann mal schauen, was sich da noch so erwartet auf uns. Weil da waren ja noch einige Sachen, was wir machen konnten. Ach, Kean. Ne, ne, ne. Willkommen, dass wir spielen? Ne, nicht stehen. Hatte ich auch schon mal, dass das Spiel einfach hier stehen geblieben ist. Ne, wir gehen mal alle durch. Schauen wir uns mal gut drauf. Aua. Wir müssen auf jeden Fall Münzen brauchen wir hier. Und, ähm, ja, ein paar Bananas, glaube ich, müssen auch noch fündbar sein hier. Schauen wir erst mal, hier ist hier genau. So, das haben wir erst mal. Jetzt erst mal. Ach, wir haben hier schon ein paar. Ach ja, die zählen ja auch mal. Ach, hier haben wir noch mit Feder was? Okay. Ach, ich muss mal mit dem Stuhl runterfahren, Junge. Jetzt bin ich ganz unten. Äh, ne, und dann so. So, wieder die Steuerung klark. Ach, nee. Ja. So, und wieder einpacken. So, und, äh, joppa. So, noch nach Kengi und sowas. Jetzt schauen wir erst mal, was haben wir denn hier. Äh, nicht mehr's Maul. Okay. Ich gehe nicht, dass wir hier links lang. Geh nochmal links lang. Okay, hier haben wir alle. Während rechts sind wir gekommen, schnell nach oben. Was ist das Ziel? Okay, wir werden wieder links lang gehen und dann da ist das Ziel, was klar. Das schaffen wir. Aber da haben wir. Nein, 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 nein. Dies haben wir wohl geschafft, muss ich sagen. Und, äh, nicht mehr. Donkey Kong Wie war das denn nochmal? Achso Ist ja für uns etwas einfacher Und Komm nach oben Ganz gemütlich Ich glaube das war damit Geht mir her Die haben wir schon mal Ähm Okay Alles einsammeln So hier war doch glaube ich noch eine Achso Mach dich schreien Ist noch ein bisschen Also ich habe jetzt wie gesagt Die Lagen habe ich nicht aufgenommen Eine Woche Zwei Wochen Ich nehme mal so einen Riesenschwung mit Ähm So Moment Guck Das war vielleicht So Wie kann man das denn zerstören? Haben wir vielleicht da Oben irgendwas Was? 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 Okay Von hier auch nicht Oh Falsche Falsche Anno die Dinger hüpfen auch ein bisschen widerlich Jetzt habe ich keinen mehr Wie komm ich denn an die Banane Wie komm ich denn an die Banane? Auah Was? Was? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet dich hatte ich schon hier ist was für mich genau unser blaues bild da können wir mal hoch haben wir noch irgendwo steuerung ein kleines mini-game nein mein gott oh mein gott jetzt wir haben es schon wieder geschafft das ist ein bisschen schwerer gewesen donkey kong ha ha bananen ich glaube fast haben wir alles damit erreicht so wie drüben noch hier sind noch pinke banan da können wir mit den pinken mann irgendwas machen das ist auch so eine frage ich glaube so ein ach da ist noch ja noch kurz war da irgendwas war da nicht eine fee oder so ja da war eine fee das heißt wenn wir jetzt gleich lenke hier gemacht haben wir nehmen gleich tiny und gehen hier mal hoch aber wir müssen erstmal noch quanky 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 die hat nichts mehr von uns da wollte ich jetzt nicht rein ich wollte mich mal umschauen ob ich noch irgendwas hier finden kann denn 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 da ist nichts mehr vielleicht auf der anderen seite auch nicht ok ah hier ja da ganz ganz schön ja das ja